Musik 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 Okay, alles supi Alles perfekt, jetzt muss ich gucken Wo bin ich, ich glaub da bin ich hergekommen Hier wäre der zweite, ich mach diese, ich brauch diese Tutorials nicht machen, weil ich kenn die da, die erklären Sozusagen einfach nur das Spiel Da findet man vielleicht den ein oder anderen Dolch Scherbe findet man hier glaub ich nicht, oder? Hm Pfff, so genau Hab ich mir das nicht gemerkt, oder? Sonst mach ich das einfach mal eben noch, vielleicht Find ich ja noch was neues Ich glaub im Livestream hab ich auch nicht wirklich alles gemacht Hier Gehen wir mal hier rein In den zweiten Ja wir wollen euch ja auch alles zeigen Also ich werd auch alles erkunden, auch wenn ich schon Das meiste kenne, werd ich trotzdem alles erkunden Die sagen hier Zum Beispiel sagen die irgendwie auch mal wie man das Item benutzt und so Ist jetzt nix dramatisches Wie man blockt, wie man pariert Ich lauf jetzt einfach mal durch und töte die Ah, hier lernt man zum Beispiel das Springen Womit ich am Anfang das übelste Problem hatte Weil die Tastaturbelegung mega beschissen gesetzt war Gelbes Kraut war glaub ich, um Mana-Punkte wiederzubekommen Hier findet man jetzt Wie man klettert wird erklärt Wie man schnell klettert Hier kann man auch schnell klettern Dafür geht die Aussauer weg Haben die neu eingefegt, find ich ganz cool Ähm, hier wird der Sprungangriff erklärt Zack Den töten wir einfach ganz normal Übrigens noch ne Sache Für die Leute die das nicht wissen Da Mokala ja nicht drauf geht Kann ich das vielleicht mal aus meiner Sicht erklären Als Zauberer Ähm, ist auch neu Verliert man ebenfalls Ausdauer für die Zauber Und man hat den zusätzlichen Wert Der Zaubergeschwindigkeit Also wie schnell man den Zauber wirken kann Okay, das ist echt cool gemacht Das wusste ich gar nicht So, hier geht's anscheinend nicht weiter Das heißt, wir gehen einfach in den dritten Baum Gucken wir mal, was uns da erwartet Wir haben schon 410 Seelen Die Seelen ist halt genauso wie vorher Einfallleveln Okay Moment Umstoßen Okay Das habe ich zum Beispiel im Livestream gar nicht gemacht Das finde ich jetzt auch neu Bats Bats Habe ich's dir gegeben in your face Der kommt nach unten Da muss ich wahrscheinlich sogar nach unten Wenn ich das richtig sehe Anders geht's nämlich nirgendwo lang Bats Junge Man muss auch sagen Gerade wo ich die Bogenschützen sehe Die Bogenschützen verfolgen einen nicht mehr Also die Pfeile, die haben kein Bauming mehr Die aimen dafür jetzt aber vorher Die aimen dahin, wo du normalerweise hinlaufen würdest Wenn du weiter daraus laufen würdest Das ist schon extrem stark gemacht Finde ich ganz gut so Hast du nicht mal dieses einfache Dass die Ja das Dass das die Gegner hinterher verfolgt Das war ja damals mega einfach Bei Dark Souls 1 Wenn du Pfeile schießt das hier so Fand ich zum Teil bei Gegnern cool Aber wenn du selber Bogenschütze oder so gespielt hast Fand ich das schon ein bisschen OP Ich glaube da kommen wir her Genau Deswegen müssen wir noch Dahin weiter laufen In dem Baum waren wir schon Ja und ich glaube damit haben wir das Tutorial abgeschlossen Sollte abgeschlossen sein Ach genau die Waffen gehen jetzt extrem schnell kaputt wenn man gegen die Wand haut Das das Bei großen Waffen ist das mega schwer Dann lernt man auch wie man diese Orangenen Teile hinsetzt Also die Hilfestellung Brauchen wir ja aber nicht Jetzt sind wir in Majuta Majuta sozusagen die erste Stadt Auch die Hauptstadt Hier kann ich auch sagen Jetzt lernt man nur in Majuta Also man lernt nicht mehr wenn man jetzt aufsteigen möchte oder so Lernt man das Kann man das nicht an jedem Lagerfeuer machen Sondern wirklich nur in Hier in Majuta Und zwar kann ich das zeigen sogar genau wo Hier gibt es ein paar coole Features Ich zeige gleich mal in die Stadt Hier haben wir das Leuchtfeuer Achso und wir können jetzt uns von Anfang an hin und her teleportieren Das finde ich auch mega cool gemacht Erleichtert ähm Das Spiel um einiges natürlich So Seid ihr der nächste Mal aus? Ich werde bleiben Aber Geht das mit Geht auf Er, der der König macht Dann Okay, wir haben einen Essensflagong bekommen Ähm Ihr habt es schon gesehen Ich habe es ein bisschen vorgespult Tut mir leid aber Ihr müsst bedenken Man muss mit den NPCs öfter gehen Dann sagen die immer neue Sachen Zum Beispiel rede ich jetzt mit der 100 Mal Und irgendwann sagt die auf einmal Hier, ich kann bei der aufsteigen und so Deswegen werde ich das öfter vorspulen Weil das wird sonst viel zu lange Weil man muss wirklich mit sehr sehr vielen NPCs 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Mal reden So Hier haben wir noch einen Ich spule das So Ja, so vor Sag ich mal Dass ihr jetzt trotzdem die Zeit habt Das zu posieren und durchzulesen Den Eid des blauen Pfads leisten War das der erste? Ist der erste? Ist der erste? Ist der erste? Genau Es gab ja zwei Einmal, dass man Eigentlich nicht mehr Dass die Gegner stärker wären Das ist dahinter Die müssen ich Das ist eine wiese Entscheidung Piep Leck Wenn wir die Buchstaben So ein bisschen Unkenntlichkeit gerissen Jetzt haben wir den beiden Ring bekommen glaube ich Und wenn wir den anziehen Bekommen wir Was? Erhöht die TP leicht Und der Blaupfad ist Vollständige Religion Er ist Ein demütigendes Gebet Genau Also ich werde jetzt Von Helfern invasiert Und hier kann man jetzt eigentlich Sollte man hier jetzt Ähm Untersuchen können Und da stehen die Gesamttode Aller Spieler Die das im Online Modus Gespielt haben Also 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Bei 65 Millionen sind wir schon Boah Gestern waren wir noch bei Nee, vor ein paar Tagen Waren wir bei 55 Millionen Das Das finde ich auch ein cooles Feature Hier ist ein kleiner Schmied Der sagt Wer bist du? Oh, es geht nicht mehr Ich habe mein Werkzeug Aber jetzt jemand Der sagt Bla 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 Der hat nämlich Die Tür verschlossen Ah, da sehen wir schon ein Item Diese Fässer kann man die immer kaputt machen Durch Rollen Lehmsteine, okay Lehmsteine brauchen wir Wenn wir uns heilen wollen Obwohl, jetzt haben wir den Estos Flakon Man fängt diesmal auch mit Estos Flakon 1 an Und dann kann man so Scherben bekommen Äh, willkommen Oh, sorry Ich kann Das kann man im Gegenstand kaufen Wir können uns nichts kaufen Wir haben noch nichts Deswegen Aber wir schauen uns hier im Haus um Äh, aber man fängt mit Estos Flakon 1 an Und man kann überall so Scherben finden Und diese, die heißen Estos Flakon Scherben Und mit denen kann man das upgrade Hier findet man eine Titanit Scherbe Die sind extrem wertvoll Die braucht man nämlich um die Waffen abzugrehen Und zwar ist das nämlich so Wenn ich das richtig verstanden habe Kann man, ähm Verschlossen Schade Müssen wir später hin Kann man jetzt nicht mehr so einfach Sachen lernen wie vorher Äh, kaufen beim Schmied Sondern der hat nur eine begrenzte Anzahl an Sachen Oh, und eine ohne viel Just about ready to fall apart Not exactly the time Well Oh, yes So Ooh You Gegenstand kaufen Ah, hier kann man sich noch ein paar Ringe kaufen Ja, ja Okay Brauchen wir jetzt nix Eid widerrufen Einmal über die Eide kann man sich hier erkundigen Machen wir Wollen wir später mal im Livestream zusammen irgendwann machen So Ein kleines Hier ist ne Estos Flakon Scherbe Mit der können wir das gleich upgrade Da war nix mehr Hm Ich überleg grad, warum muss ich gleich lang Ich weiß glaub ich wo ich lang muss Ich glaub ich falsch geh Aber erstmal upgrade ich meine Estos Flakon Scherbe Geht natürlich auch bei der Dame hier Die grad Anti-Vic ist bei mir Okay, wo ist die hin? Da unten ist sie Die ist auch immer random Also die hat äh Die hat äh Die hat paar Spawns Wo die sein kann Estos Flakon verstärken kostet einfach immer nur eine Scherbe Gehen wir hier Annalie sagt Ne 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 Wo geht's denn hier lang Wir schauen uns das ganz einfach mal an Das müsste glaub ich Da geht's zu den großen Okay also zu Ornstein und Smog ne Ich will nix spoilern Ja ich Ich möchte auch nix spoilern Aber das haben ja die Leute schon im Stream gesehen Deswegen Ja das ist äh Ja das ist äh Wie gesagt also Bis bis zu der Stelle Wo ich gespielt hab ähm Da geh ich Matze aus Weil Das hab ich ja alles schon gemacht Ich hab nur halt ein übertriebenes Kurzzeitgedächtnis Hallo Hahaha Genau Ich muss hier links Daran erinnere mich noch Erinnere ich mich noch Genau Ähm Bin gespannt also Ich bin gespannt Ich weiß auch nicht wie ich das machen werde Ach ne Ich muss gucken Irgendwo war eine Falle die mich tötet Deswegen Aber das war noch nicht hier Eine rostige Mütze Ich könnte eigentlich schon ein bisschen von meinem Gear wechseln ne Boah ich hab schon das übelste Gear an Man spawnt hier Alter Als Wie heißt er? Wen hab ich vorher gespielt? Ein Bettler Ein Bettler Bissl Ja wirklich mit nix gespawnt Das war mega schwer Und jetzt spawnt sie hier mit vollem Gear und so Aber hier benutzen wir immer den Schalter und dann gehts los Ne Weil ich muss sagen das mit den Schaltern finde ich ein bisschen blöd gemacht in dem Spiel Weil sobald man stirbt ist er Resetter Das bedeutet man muss dann immer wieder aktivieren wenn man hier dann geht Finde ich ähm blöd gemacht ehrlich gesagt Weil ich bin hier beim ersten Mal öfter gestorben Ich muss immer wieder diese Warteanimationen Oder diese Animationen auswarten Okay was ist hier? Komisch Da unten haben wir schon ein Item gesehen Da sehen wir auch eine Kiste Wir werden mal zur Kiste gehen Erstmal die Kiste hoch Ah jetzt weiß ich wieder wo wir sind Ich kann mich an das Gebiet schon so gut wie gar nicht mehr erinnern Ein Menschenbild Okay Okay Letztes Mal bin ich da drüber gejumpt Diesmal habe ich Angst Denn ich glaube wenn man drüber jumpt Ähm Könnte man im Wasser sterben Da vorne sehen wir ein Lagerfeuer Werden wir gleich aktivieren Zuerst tippen wir aber hier Zack zack Das geht jetzt so mega einfach Letztes Mal hatte ich wirklich nur Ich musste mit so einem verkackten Dolch kämpfen Und der hat absolut null Schaden gemacht Der hat nicht eins der hat nicht zwei Der hat null Schaden gemacht Ich bin so oft gestorben Ich weiß immer noch nicht wer aus dem Stream gesagt hat Ich soll unbedingt ähm Bettler spielen Ich hasse euch dafür immer noch Der Erik hat das gesagt Das weiß ich noch Der hat das angestiftet Ach Das Schwein So Hier haben wir noch ein Item Nehmen wir natürlich auf Zack Lebensstein Dann gehen wir nochmal hoch aktivieren das Löschwein Weil dann werden eh die Gegner resettet Oh mit dem Bettler ne Der hatte ja gar keine Güstung Die haben mich so schnell alle gefüllt Und jetzt halte ich wenigstens was aus Ich habe überlegt ob ich wieder Bettler mache Habe ich eigentlich auch nichts gegen gehabt Weil ich würde sogar nochmal Bettler machen Das ist halt Extrem schwer natürlich So der Schwierigkeitsmodus non plus ultra Zack zack Oh was willst du Bats Bats Oh diesmal Infanteriehandschuhe nehmen wir auch Diesmal sind die passiver Letztesmal haben die mich alle angegriffen Da seht ihr schon Da seht ihr schon Die Pfeile Die äh Zack Die haben kein Homing mehr Aua der hat mich gebt Der hat mir nichts abgezogen fast Im Gegensatz zum Okay im Stream hatte ich aber hier schon den halben Lebensball Hier gab es nämlich ähm ja Der Beziehungsweise Dark Souls 2 hat so ein kleines Feature Umso öfter man stirbt Desto weniger HP hat man Das heißt also man darf gar nicht so aufstehen Und dieser HP wird man nur resettet Wenn man glaube ich ähm Eine Menschlichkeit benutzt Oh wo kommst du denn her? Hat zum Glück noch geblockt den Angriff Von hinten hätte das weh tun können Wenn er uns exekuiert die Plätze Also man verliert immer so ein Oder beziehungsweise der Lebensbalken wird immer kleiner Und ähm Umso öfter man stirbt Und so ne Menschlichkeit ist schon sau selten hier Muss man sagen Menschlichkeit ist echt sau selten So hier super in so einem kleinen Kolosseum Diesmal mal schniff den Fehler den ich das letzte Mal gemacht hab Dass ich den ähm Ja Den Typen angegriffen hab Er hat mir ein bisschen Angst gemacht Hast du den eigentlich besiegt? Nein Bist du vergügt? Ich hab dem null Schaden gemacht Ich bin weggelaufen vor dem Hehehe Was haben wir denn hier? Ah hier geht's nach oben Also man sieht sehr viele Typs hier Ähm Das kommt doch daher weil sehr viele sind noch in diesem Anfangsgebiet Der Spiel ist ja Ja okay neu ist es nicht Oh Gott Ich bin durch sterben Ich bin durch sterben Ich bin durch sterben Naja Ich bin durch Boah Zum Glück Mit einem hab ich überlegt Heilen wir uns schnell einmal voll Halte uns auch Also so ein Essosflakon heilt uns auch nicht ganz voll Wer das denkt Der liegt falsch Das war hier eben ein Bogenschütze Da ist er Zack Und der trifft uns obwohl wir ausweichen wollten Aber gegen die ist Zickzack laufen extrem gut Weil die wie gesagt keine Homingschütze mehr haben Wir haben ein Kurzschwert gefunden Wo muss man jetzt hin? Weiß ich hier was verpasst? Wusste ich gar nicht hier hoch Ich hasse das wenn ich nicht weiterkomme Ich hasse das Ich glaub ich muss wieder nach unten Ähm Unbedingt hoch musstest du nicht Okay Ich hasse das Ich hab da schon gespielt aber ich Ich vergesse sowas Ich hab so ein Kurzzeitgedächtnis Naja immerhin haben wir ein Kurzschwert gefunden Vielleicht brauchen wir das irgendwann mal Meine Waffe ist schon wieder halb kaputt Die äh Waffen reparieren sich jetzt auch automatisch Ähm am Leuchtfeuer Solange sie nicht kaputt sind Wenn sie komplett kaputt sind Kann die nur der Schmied reparieren Aber das ist schon nervig Das ist schon nervig Ja Stark Der hat uns von hinten erwischt Hat uns ein bisschen weh getan Man klitzet ein bisschen Und jetzt gehen wir hier weiter Nebelwand durchschreiten Zack Wir hauen die ganze Zeit mit der Waffe gegen die Wand Und das macht die extrem schnell kaputt Da müssen wir aufpassen Wie immer gilt Wer schnell angreift Hat den Vorteil Deswegen immer schön draufklopfen Ah da Da sehe ich doch was Holzbolzen Okay Wir werden auch mit Armbrust spielen Also das kann ich euch sagen Man braucht hier eine Armbrust bei gewissen Gegnern Aua 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 Machen die Schaden Trotz Bedürstung Machen die Schaden Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen Wie ich mich hier als Battler gefühlt habe Ohne ein Item zu haben Da war ein Da war ein Oh oh Nicht nur ein Bombschätze Sondern Sondern auch jemand Der mit Bomben wirft Oh zum Glück hat er die daneben geworfen Okay dann machen wir den hier Mit der Keule kann man den bei keinem Stunganggriff machen Jetzt weiß ich welche Woche das wieder beimatzen Der? Der Keule gibt keinen Sprunganggriff Vielleicht ist die zu schwer zum Losspringen Faustschild haben wir gefunden Gucken wir ihm das Schild an Ob es mehr absorbiert 75, 85 haben wir jetzt 90 haben wir sogar eins Nehmen wir das 90er Schild Wir sind immer noch schnell Man muss immer drauf schauen Dass man immer noch schnell unterwegs ist Wenn man langsam ist Dann kann man schlechter ausweichen Ne? Ist ja logisch Hier noch ein schönes Item mitnehmen Wir zaubern Wenn ich das richtig gelesen habe Braucht man nicht Wir zaubern ja nicht So Hier machen wir die Türen auf Kleines Steintier Und hier geht es auch schon los Richtung dem ersten Boss Wir haben ein Leuchtfeuer was sehr sehr wichtig ist Jo Leute, danke fürs Zuschauen Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Wenn ja dann lasst doch bitte einen Kommentar da Oder einen Daumen nach oben Hier oben habt ihr jetzt noch die eine der letzten Lazy Folgen Und unten den letzten Dark Souls Part Haut raus! Jeejoo! Musik 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 Musik